Hallo aus Berlin und willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Euromax Leben und Kultur in Europa. Wir starten heute mit einigen der größten Wellen der Welt und denen, die Sie bezwingen wollen. Unsere Themen. Mut und noch mehr Mut braucht man, wenn man sich in die Brandung vor der portugiesischen Stadt Nazaré stürzt. Denn dort gibt es einige der höchsten Wellen der Welt. Wer braucht da noch Hawaii? Nur wenige Surfer trauen sich, den Versuch zu wagen, die hausholen Wellen zu bezwingen. Darunter auch ein Deutscher. Wir haben ihn im Surfer-Mekka am Atlantik besucht. Wow, irre Bilder, oder? Unter Wasser geht es jetzt weiter, denn wir tauchen ab im Euromax Express. Der Brite Marc Knopfler gehört zu den bekanntesten Gitarristen weltweit und kann mit seinen mittlerweile 69 Jahren auf viele musikalische Höhepunkte zurückblicken. Er ist der Mitbegründer der weltbekannten Rockband Dire Straits. Erfolgreicher Solo-Künstler, mehrfacher Grammy-Gewinner und begehrter Filmkomponist. Vor kurzem hat er sein neuntes Solo-Album veröffentlicht und geht damit im neuen Jahr auf Welttournee. Wir haben ihn in London getroffen. Astrid Lindgren ist eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Welt. Die Werke der 2002 verstorbenen Schweden wurden in mehr als 100 Sprachen übersetzt und ihre unbeschwerten Geschichten von Pippi Langstrumpf oder Michel aus Lönneberger haben die Kindheit von vielen von uns geprägt und begleitet. Dabei war ihr eigenes Leben manchmal gar nicht so fröhlich. Mit 18 wurde Astrid Lindgren ungewollt und unverheiratet schwanger. Ein Skandal in der damaligen Zeit. Der Film Astrid der dänischen Regisseurin Pernille Fischer-Christensen widmet sich jetzt diesen eher unbekannten Teilen von Astrid Lindgrens eigener Geschichte. Er gehört zu den beliebtesten Nachspeisen hier in Deutschland. Dabei kommt er ursprünglich aus Österreich und ist so mächtig, dass er auch gut als Hauptgericht durchgeht. Der Kaiserschmarrn. Im Prinzip ist das ein zerrupfter Pfannkuchen mit einer Menge Puderzucker. Und obwohl das Rezept eigentlich simpel ist, bekommt es niemand so gut hin, wie die Österreicher, sagt man. Deshalb haben wir uns für unsere Rubrik Euromax à la carte dorthin auf den Weg gemacht, um zu erfahren, worauf man bei der Zubearbeitung achten muss. Lecker. Und ich darf jetzt zum Schluss unserer Sendung noch eine Euromax-Armbanduhr verschenken. Was war Ihr schönstes Erlebnis im Jahr 2018? Das haben wir Sie ja in unserer Zuschaueraktion in dieser Woche gefragt. Und uns haben viele schöne Fotos erreicht. Ganz begeistert, wie man sieht. Herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen unsere Euromax-Armbanduhr in dieser Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Freude damit. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen.